Nicht als Ausflüchte sind das, Oh, du schreibst den Brief an Adelanda, Elvira wird dir sagen, Oh, Adelanda bezeugt es, Ich unglücksehe, Sieh, Adelanda, kommt schon, Ach, entdeckt ist meine List, Was soll ich tun? Sitzt da schön in der Tinte, Hab schon Fieber, kann kaum sprechen, Ach, mein Fräulein, Sag das Barmherzigkeit, Was ihr zu mir gesagt habt. Gerne, Romilda schrieb, Die lebenden König, Was willst du mehr? Also hast du gelogen, Für erst nicht gleich so zornig, Ich sagte es nur, Damit der Diener weggeht, Der mit euch sprechen wollte, Sprecht doch nur weiter, Ich möchte alles hören. Xerxes überraschte mich Und nahm das Briefchen, Eurentwiegen sagte ich, Es sei ein Brief an mich, Stellt mich verliebt Und täuscht in den König, Nun was sagst du, Romilda, Nun was sagst du, Arzamelis, Dass ich dich liebe, Dass einzig du mein Liebster, Jetzt, liebe Atalanta, Wirst du wohl glauben, Arzamelis ist mein, Kannst ihn nicht rauben.